Hallo und herzlich Willkommen ladies and gentlemen, ich bin wieder Asperix mit dabei, wieder hier Left 4 Dead. Dabei sind die Nairobi aka Mary Rose, Hoshi aka ein Pest-Doktor, bei mir zumindest, und ja, der Louis hier, ich weiß nicht was der ist. So, jeder schnappt sich so ein Liebeskissen. Oh Gott. Das sieht so scheiße aus. Hier, mal drin. Hör auf dann, das sieht so FALSCH aus! Oh mein Gott, ich meine... Scheiße, ich hab vergessen, du bist zum Motten. Wie du bei mir läufst. Okay, ähm, ja, let's go. Hast du welche? Oh mein Gott, ich hab ne Magnum gefunden. So Leute, meine Magnum. Oh ne, ich werde filmen, ähm, mein Finger bang bang. Das tun einfach so als ob. Boo bo. Wo sind Molotows? Boo boo... Da, da... Gefunden. Oh. Oh Gott, ich siehst du verwendet ja... Jaa, hab ich gemerkt, danke. Dankeschobst. Sterb. Bumm! Aus meinen Fingern kommt nur Todd. So. låst mich mit mein Liebeskissen alleine. Jetzt tu mal nicht so. Wir kennen den Prozess. Uff. Stirb! 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 Tu nicht so, als ob du das noch nie vor uns gemacht hättest, ja? Nicht vor euch. Klar! Oh mein! Ich hab mal Hunter gefunden. Keine Sorge, brennt. Ist doch noch ein Benzin-Kernis oder was? Ja, ist okay. Charger und Hunter, Leute, bitte! Warum lauft ihr zurück? Um, äh... Um den Tata zu helfen. Oh, doch! Nein, doch, wo ist er? Fingerman! Fingerman! Also du lockst doch echt alles an, ne? Ja, weil er mich alleine gelassen hat. Nein, ich brauch keinen. Ja, ist aber schuld. Wer nicht hinterherkommt, wird zurückgelassen, so ist das. Nein, nicht da lang! Leute! Warum? Das ist eine Witch. Ja, aber das ist falsch. Aber das ist eine Witch. Ja, die holen wir uns nachher. Wir kriegen bestimmt nachher noch ein paar Witches ab. Von hier kamen wir doch. Nein! Kamen wir nicht! Hier, wir können hier durch. Aber mussten wir nicht da langen? Nein, messen wir nicht! Okay. Aber hier... Aber hier waren wir doch schon mal. Ja, aber ihr seid doch auch wieder rausgegangen. Ihr Pille-Männer! Hallo! Das sind Zombies. Hör auf mich so zu nennen! Pille-Mann! Wo ist meine Pistole? Meine Pistole auf meinen Fingerbang? Ähm, sieht man bei mir auch den Fingerbang? Ja. Oh mein Gott! Das ist... Du hast eine Hand in der Hand. Er schießt mit einer abgeschnittenen Hand. Was? Oh Gott, Hade! Wo geht ihr alle hin? Wo seid ihr? Nein! Tink! Oh nein! Wo ist der? Der hinten auf ner Brücke. Auf der Mucke. Bei mir ist der so leise. Ah! Oh Gott! Was wirft'n der? All Spice! Er schmeißt All Spice! Oh mein... Er schmeißt All Spice! Es ist Terry Crews! Oh Gott! Oh! Oh! Bitte mich nicht schlagen! Okay, gut! Jawoll! Ich will Terry eigentlich ganz gerne nochmal ins Gesicht schlauen! Terry? Halt durch! Terry geht's dir! Terry geht's dir gut! Terry geht's dir gut! Oh, die Mucke ist so göttlich! Hey, hey, hey! Warte! Wo? Nein! Und der wird's! Der wird's! Da! Das wird's dir in des Todes! Boomer, Boomer, Boomer hinter dem Bus! Okay, der war meint! Was ich nicht sehe, gibt's nicht! Ah, jetzt! Ich muss noch ne Ahm! Die Deckung! Mir geht's dreckig! Bleib hier! Ich geb' dir mein liebes Kissen! Nein! Falsche! Hier! Ah, Mann! Bleib doch hier, Mann! Komm! Ich verarzte dich! War nur ein Job! Halt still dich, verarzte dich! Nee! Geh weg! Halt still dich, verarzte dich! Komm! Warte! Nee, ich brauch deine Hilfe nicht! Lauf doch! Lauf doch! Ich kann nicht! Ja, dann geh! Los! Warte! Ich verarzte dich! Warum neust du denn nicht? Das war echt nett! Oh, hier ist ein Geschütz! Wenn ich mal Bock hab! Oh ja, hier triggern wir das Event! Shit! Geil! Und wir triggern das Event! Ich dachte mir, ich hol mir mal so, äh... Kanisters, Kanisteronis, da lag noch so ein Sprengschuss! Schmeiß hin! Drauf! Schieß! Sprengschuss! Schieß! Schrei! Doch, hier ist ein Geschütz! Ich höre Musik! Oh Gott! Go! 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 Wo? Was? Ah! Der fucker. Ich schmeiß noch mal Pell rein. Hau, hau, hau! Kommt doch her, ihr Pisser! Gib euch alle mit einem Finger. Das klang ganz komisch. Nicht so wie es sollte. Genau wie es sollte. Wieso ist hier nichts drüber? Kühl weg! Ah. Du hast dir das gefallen dran gefunden, ne? Klapp noch. Boah, der hat sich voll in den Kopf geschossen. Dann müssen wir hier runterfahren. Jo. Aber irgendwo, irgendwo ist doch... Ah! Irgendwo kann man sich doch sanft ab... Hier ist ein Auto, da kann man draufschwenken, kriegt man keinen Schaden. Oder man geht da einfach runter. Ich hasse euch! So viele Möglichkeiten. So viele Möglichkeiten. Und ein Hobi nimmt den Schelzen. Es gibt nur einen Weg. Ja, das war doch gar nicht so hoch, Mann. Ah! Leidzock! Ich hab'n Raum gefunden. Oh, das war doch gar nicht so hoch. Nix. Nix. Das wabbeln. Also, es sind alle drin, ne? Ähm... Ich mach die Tür zu. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho Für sich! Tschüss ihr Schweine! Ich bin schon längst weg! Ich hab den nicht aus dem Gefecht gesetzt! Oh Gott! Feuer! Da ist ein Jockey von meiner Tür! Was war das denn für ein Druck? Nein! Terry! Wieso lacht ihr so? Die Musik! Wir haben den Tank ein wenig gewollt Ach ja? Ja scheiße! Ich musste nachladen! Du kennst doch den Boy aus der Old Spice Werbung, ne? Terry Crew. Das ist jetzt der Tank. Und wenn er... Der schmeißt keine Steine, sondern Old Spice. Oh ja! Oh ja! Ohohohohoho! Ich hab jetzt den Druck geackert. Oh mein Gott, die Witch! How would he say? Nein! Okay, der Smoker lebt noch. Soll ich sie anschießen? Nein! Ich hab nen Granatwerfer. Da ist noch ein Smoker irgendwo. Der muss erstmal weg. Der Smoker ist dort. Der Smoker ist dort? Ja. Okay. So, wie machen wir diese? Diese Spirit Witch, die ist... Die sieht richtig gut aus. Waffen! Also, äh... Vielleicht soll einer Ruby ja vielleicht doch, ne? Mir ist das ja egal. Ähm... Ich nehm aber den... Punkt! Wo ist die? Da? Nein! Nicht zu mir! Panzer! Boah, die Spirit... Oh mein Gott! Wo schießt du hin? Oh mein Gott! Äh... Louis! Es tut mir leid. Ah! Aber ich glaube, ich hab dich umgebracht. Nein! Geh weg! Oh Gott! Okay. Und jetzt mal keinen Affen machen hier. Ich hab Louis umgebracht. Ich wollt's nur gesagt haben. Ach! Schweinehund! Was passiert jetzt? Wir brauchen dieses Auto, was in der Garage ist. Aber dafür muss Strom laufen für den Lift. Und es kann sein, dass der Generator einfach mal ab und zu ausfällt. Und den müssen wir da wieder in Gang bringen. Ah! Keine Sorge, ich verschmeiß' dich mit Poba an Gas. Nein! Oder doch lieber zu... Louis! Ah! Terry! Terry's back! Ah, der hat ganz viel Old Spicer! Oh mein Gott! Ich brauch das nicht! Egal wie männlich das ist! Terry hör auf! Oh mein Gott! Terry! Chris Beseil! Sag mich nicht! Okay nice! Ich leg die Wall-O-Spice! Ich leg die Wall-O-Spice! Hahaha! Oh! 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 Da kommt ne Horde! Ja! Dahin ist er! Okay! Okay! Oh mein Gott! Wo willst du hin?! Ich dachte mir, ich geh mal... Er hat's gesagt, er hat Welpen im Kofferraum! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Terry! Oh nein! Wo bist du?! Oh nein! Hahaha! Gott! All Spice! Nein, Terry! Oh Gott! Oh Gott! Nice! Terry! Geh mal weg bitte! Es ist einfach so Gott-like, ne? Die Musik ist einfach... Ich glaub wir können nicht abfahren! Render Smoker! Alle rein ins Auto! Rechts Auto! Dieses Auto! Das... In das Auto! Das haben die schon extra vorbereitet für die Zombie-Apokalypse, aber keiner hat's genutzt! Wer fährt denn?! Ich! Ich fahre! So Kinders, das war übrigens ne relativ kurze Kampagne, Crashkurs! Ich glaub... Ach, das fahr' ich schon! Ja, ich glaube, äh... Das war glaub ich irgendeine Zusatzkampagne, die die dazukam? Was für Left 4 Dead? Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber seid ihr noch offen für eine, oder? Ja... Gut, äh, dann verabschiede ich mich an dieser Stelle! Ich hoffe, das hat genauso viel Spaß gemacht wie mir! Und, äh, wir sehen uns dann im nächsten Part Left 4 Dead wieder! Also, es ist ein Asperricks! Haha! Nairobi und Hoshi sind auch dabei! Todelo!